so moin amigos moin zusammen da bin ich schon wieder also gehen wir jetzt mal auf unseren fc ein baumgart hat ja nun jetzt klar geäußert dass es veränderungen geben wird weil er dem kader vertraut dieses hin und her mit kingsley schindler begründet er so dass im grunde er nur zwei von drei immer mitnehmen kann und möchte heißt es aus ihm selber schindler easy und schmitz würde alle drei aber mitnehmen würde für links was fehlen ja aber ich glaube ein spiel da hatten wir auch alle drei im kader weiß ich jetzt nicht was das finde begründung ist weil gegen regensburg war schindler nicht dabei komplett gar nicht also nicht mal auf der bank gegen schalke war einer startelf und gegen leipzig ist auch wieder aus dem kader geflogen so und morgen sage ich jetzt werde einer startelf stehen ich werde euch mal meine startelf jetzt schon mal durchsagen und war schwebe im tor ist klar hinten rechts wird wahrscheinlich wenn du schmidt spielen dann in verteidigung sage ich kilian und schabott und links hektor petersen wurde auch klar genannt dass er eine option sei aber ich denke mal dass hektor vielleicht 60 minuten spielt und petersen dann den rest oder petersen für einen der in verteidiger reinkommt mal gucken skiri auf der sechs dann würde ich denken dass wir dann mit schindler auf der halbrechten position und mit meiner auf der linken position und redou da auf der 10 und im sturm gehe ich von adamian und dietz aus so das wird meine erste elf sein die habe ich auch schon seit gestern und heute ja bei einigen von euch als kommentarantwort veröffentlicht und den das gesagt weil oder auch so auch bei fabios video habe ich das auch gemacht sehr nett übrigens auch eure antworten da drauf ja also davon gehe ich aus dass das unsere startelf sein wird also kein luigi kein thielmann kein keins auch erik martel der hat auch sehr gut in die saison gestartet ist oder für uns das erste pflichtspiel absolviert hat bei rw leipzig auch erstmal wieder raus aber während des spiels ich kann mir vorstellen dass es mindestens die fünf wechsel geben wird oder dass es generell fünf wechsel geben wird aus unserer seite lemperle soll ja eigentlich auch spielen tickets soll spielen wird sowieso interessant weil schindler wieder rein rotieren soll und auch tickets in den kader die beiden waren da zuletzt gar nicht drin im kader also müssen da zwei andere komplett rausfallen so und da würde ich mich nicht wundern wenn das vielleicht auch ein team über trifft weil pedersen ja auch irgendwie mit in verteidiger spielen könnte und dann halt ja easy oder schmitz ich habe mich jetzt aber allerdings für für schmitz entschieden dass der morgen eher spielen will als easy also über sie sie könnten raus rutschen ja kann auch sein dass erik martel raus fällt oder sowas weil man denn mit hektor immer noch einen auf der sechs hat man muss gucken aber das ist wie gesagt meine erste elf so und ich habe ja zum gegner gesagt dass die offensiv spielen dass sie gut heraus spielen vermehrt durch die mitte oder über rechts ja wie gesagt die können halt alle was am ball wie gut sie das jetzt morgen umsetzen wird man sehen wir müssen einfach ja drauf gehen die bälle gewinnen und dann passt das schon denn statistisch gesehen lassen wir glaube ich keine zehn zehn pässe zu ich glaube sechs sieben oder acht pässe nur bevor wir voll drauf gehen um die bälle denn zu gewinnen das ist eigentlich schon sehr enorm wobei die jungs aus fair war sind halt auch ball sicher schlag oder schlagen weniger pässe als wir egal ob flach oder lang haben wir aber eine bessere prozentualen wert was was die ball sicherheit angeht also das passspiel allerdings passen wir halt viel häufiger und wahrscheinlich auch gefällt dadurch dass wir auch oftmals gefährlicher spielen gerade diese diese verlagerung oder sowas kann da auch mal nicht ankommen deswegen ist man da vielleicht prozentual ein bisschen schlechter ja die hürde wird brennen südkurve komplett in rot vielleicht das halbe stadion komplett in rot das wäre sehr geil anzusehen supportet die mannschaft ja ich finde diese rotation schon krass aber ich befürchte dass baum wir das wieder machen wird ähnlich wie damals gegen den vfb stuttgart im dfb pokal wo wir allerdings aber stark spielten und 2 0 gewann und wo er uns ja gegen den hsv auch mit sieben wechsel oder sowas davon waren leute die haben zuletzt wochen lang gar keine rolle gespielt weil sie außen vor waren oder aus verletzung kamen und da wissen wir es ja dass wir gerade noch so irgendwie in der verlängerung den ausgleich geschafft haben und dann im elfmeterschießen durch kein sie es ausrutscher wo er die wuchtel denn da zweimal getroffen hatte naja gut er hat sie zwar versenkt aber das zählt halt nicht man will ja mit absicht mit beiden füßen den ball treten ist war ganz klar also völlig beknackte regel aber gut wie gesagt wenn wir konzentriert sind wir werden natürlich unsere chance nutzen egal ob das die erste elf sind wie sie dann tatsächlich morgen aussehen wird oder wie ich sie jetzt gerade gesagt habe oder durch die jungs die halt reinkommen und ich erwarte schon 30 31 so wie gesagt meine meine fünf buden aussage bezieht sich darauf dass der der trainer von fejava michael doris der eigentlich ganz sympathisch ist aber für mich klang das so ein bisschen arrogant dass er sagte ihr kölner werdet kein 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 trömmel gehören oder so und da habe ich dann gedacht ja gut wenn du das so zwar selbstbewusst was in ordnung ist aber auch ein bisschen arrogant sagst dann hoffe ich wünsche ich mir sogar dass wir dir fünf einschenken und du fünf mal hörst ja so ein bisschen mit augenzwinkern aber so ein 30 31 auf 90 plus minuten gesehen da davon gehe ich schon aus dass das morgen machbar ist auch mit einer solchen rito ritoation rotation natürlich entschuldigung ist es halt möglich ja ansonsten gehe ich davon aus dass die jungs alle heiß sein werden und auch die die reinkommen die die nicht spielen die haben ja dann die möglichkeit am sonntag sich zu beweisen wenn es dann gegen die eintracht in frankfurt geht ja wie gesagt ich wünsche euch morgen abend ganz viel spaß sei es im stadion live vor ort oder vor den fernsehgeräten oder vom radio oder vom handy im live ticker je nachdem wer wie welche möglichkeiten hat supportet die mannschaft glaubt an die mannschaft und die schaffen das schon alles klar kommen fc für europa tun wir alles und morgen legen wir hoffentlich den grundstein was für alle hoffen und uns wünschen und vielleicht freuen wir uns auch morgen über jahre das saisontor von schindler wie wir das gegen leverkusen letzte saison erzielt hatte es war auch tor der saison vom fc oder duda rasiert falls er spielen darf oder adamian macht ja morgen mal zwei bude weil er die jungs alle ausdribbelt keine ahnung wir wissen es nicht oder meiner zündet seine rakete läuft einen davon und legt zwei drei tore auf und wir feiern in meiner als als top vorbereiter also es wäre halt schön wenn wir sowas morgen halt denn zu sehen bekommen und ja das klappt schon ich bin zuversichtlich die meisten von euch auch und von daher wird das auch so kommen gut ich mache einen punkt ich lege mich wieder hin und naja nicht wirklich wird jetzt mal noch mal ein bisschen zu potte kommen nachher noch mal einen spaziergang machen und dann auch langsam zu abend essen alles klar bis morgen bis morgen abend wenn ich mich dann wieder melde zum spiel dann wie ich das gesehen auf alles klar bis dahin tschüss